Fans fragen sich, hat Gwen sich die Lippen gemacht? Hat Gwen Stefanie, 53, Schönheitsoperationen durchführen lassen? Die Sängerin ist in diesem Jahr 53 Jahre alt geworden. Auch heute sieht sie noch aus wie vor 15 Jahren und irritiert damit wohl ziemlich ihre Fans. Schon in der Vergangenheit gab es Gerüchte, dass sie sich Schönheitsoperationen unterzogen hat. Vergangenen Mittwoch postete sie ein Bild, bei dem sich nun viele Fans fragen, hat sie sich die Lippen aufspritzen lassen? Auf Instagram und auf Twitter postete die No-Dubt-Sängerin ein Selfie mit der Unterschrift auf das Tanksgiving-Abendessen warten. Punkt. Auf dem Foto schaut sie verträumt in die Kamera, ihre Lippen sehen sehr voll aus und ihr restliches Gesicht scheint ohne eine einzige Falte zu sein. Sie ist, für ihre Verhältnisse, relativ natürlich geschminkt und trägt einen leicht glänzenden Lipgloss auf den Lippen. Viele Fans sind nicht begeistert von dem Anblick der Grammy-Gewinnerin. Sie sieht ziemlich plastisch aus. Kommentierte ein Follower das Bild. Ein weiterer Fan fragte, hattest du eine Lippen-Op? Andere wiederum zeigten sich begeistert und schrieben, wie kannst du nie altern? Auf keiner der Social-Media-Plattformen antwortete die 53-Jährige auf die Kommentare und klärte ihre Fans auf. Aber auch auf anderen Plattformen scheint sie sich bislang nicht zu den Schönheits-Op-Vorwürfen geäußert zu haben. Hmm.